und damit willkommen zurück zu let's play ratatouille und ich mache das ganze mit dem pause drücken tatsächlich ja auch schon ein bisschen schwierig wollte eigentlich mal pro spiel mein eigenes ding machen was das hier nicht gemacht ich muss leider stellen nicht lauter das war logik viel an der vorbereitung der folge oh gott oh gott die frau ist verrückt die machen wir den weg frei können auf jeden fall nicht in diese mäuse fallen reinlaufen ratten fallen weil es halt ungesund oh mein gott ist die groß naja ist auch noch traur ist auch ein menschen muss hier drüber gehen weil sonst ein tod ja ja ich habe gemerkt ist auf jeden fall macht es ganz auf jeden fall grüße gehen raus an die mutter von fräsen junge ich bin gestorben und ja wie versprochen nehme ich jetzt auch ohne internet auf weil das lan kabel steckt in der plätschischen das nehme ich doch von rechts nehmen und hört auf noch mal der generell ein bisschen aber ihr wisst was ich meine ich muss ja auch nicht immer auf die idee kommen da irgendwie mehr konsistenz rein zu bringen als eigentlich ist weil ich kandappelsprung aber gut so nehmen natürlich den effizienten weg ich denke ich denke weiter lässt auch dass die mause fallen jetzt auch kein instant setzen einfach nur ja halt was oft fehlt nicht mehr so gut das ist eine stelle schon mal kann sprinten gibt es noch frei was das denn da muss ich ja wie lange mit dem zeigefinger wir bin jetzt gerade mit dem zeigefinger auf dreieck und mit dem daumen auf x er nicht so gut durchstacht ist doch der ps2 vielleicht anders potenziell ich will fast meinen nein aber sehr gerne weil sowas sind dann irgendwie bei starten haben sie die strauung angepasst aber da ja auch wo sie müssen sind da gibt es noch ein bisschen sprinter wenn ich sogar noch ein bisschen besser daran verdächtigt hat vielleicht auch ziemlich gut ohne ströten geschaffen ja was ist denn das keine ahnung ich komm da nicht rauf ich komm da einfach irgendwie nicht rauf das ist ein schöner folgenanfang ne und keine sorge die folgen werden doch nicht so langsam wie die erste folge aber ja ich wurde ja ein bisschen gewünscht das rettetuli am freitag starten da wollte ich aber auch eine gute folge machen und ich hoffe dass diese imps halt auch in der gatikkonzession bei unserem server genutzt wurde wart ihr dabei schreibt es in die kommentare generell schreibt gerne kommentare ansonsten denke ich ihr guckt das video nicht nein alles gut irgendwie keine ahnung kriege ich die stelle mit dem fad einfach nicht hin okay also ich glaube der blumentopf habe ich gefickt aber das wird auch noch nie passiert das ist der blumentopf trägt eigentlich mal andersrum fängt schon mal gut an fängt schon mal gute waren letztlich das noch mal ja für die eagles hallo tobi riesen jungen würde ich das spiel aber jetzt planen ja ok es leute dann hinter die erde laufen ok jetzt aufpassen ich habe es irgendwie vorbeigeschafft meine gut ich werde bitte ich will ich will ich noch mal machen müssen danke richtig brutal du hast gesundheit eingesammelt ich bin gespannt wie es einfach so schnell wie möglich durchgespielt haben nein ob jetzt gerade die woche seit irgendwie passt es nicht so viel deshalb wird jetzt flott diese zwei folgen jetzt gerade aufnehmen kam nach paris wo das leben viel naja komplizierter ist aber wie sie sind doch gar nicht echt so spreche ich mit einer blutung excusi moa ich bin küchechef august gusto ich weiß wer die sind aber ruhe schau mal da so monan erkennst du diesen ort wieder ich bin nicht sicher aber aber oui geh weiter ist das die kindertür zum gustos zum berühmtesten restaurant paris in ganz frankreich genau das ist es ich bin ein produkt einer rein aber inspiration kann uns alle unterkommen besonders geschehen die kritiker haben in mein restaurant von 5 auf 4 sterne herabgestupt ich glaube dass du mon ami mir den stern zurückholen kannst ich soll das gustos wieder aufbauen das kriege ich hin alles klar hast du noch keine mission begonnen zeig der kompass an wo sich eine auftragsmarkierung befindet möchtest du eine mission beginnen musst du bei der auftragsmarkierung anfangen ist die toni aufs andere geworden oder was wir gut was gucken das ist die falle ich bin sie jetzt die gestartet also gibt es untertitel ich glaube nicht weil sonst hätte es wahrscheinlich eingestellt aber irgendwie ist kein lautsteiger das hat einfach ich werde die stimmen lauter machen aber gut muss jetzt noch passen so machen wir mal toby potatoes jetzt offline ja ja war auch eine 4.3 ohne eine gute ich muss kreis drücken an der stelle ja das wird glaube ich doch ganz witzig da muss immer kreis drücken um halt irgendwo rauf zu kommen ansonsten ja das wird glaube ich ein bisschen nervig aber sie sagen es immer einfach zeit lassen wollte objekte um eine zollabfertigung zu öffnen wenn ich da hinten drauf ist das wirklich nötig ja es ist na gut hm ja kann man jetzt bin ich hier oben dann geht halt erstmal hier lang ne aber ich glaube ich hätte nichts tun sollen weil es da nicht stimmen kann naja gut ich hab da irgendeine missionen gesehen oder irgendwie keine ahnung also wenn ich weiß ob sie wirklich ich hab's niemal durchgespielt auf jeden fall auf der ps2 aber keine ahnung was mir jetzt bekannt bekommt und was nicht so was ist das hier wenn du genügend amulette beisammen hast kannst du zurückkommen und loslegen das legen ok da kann ich bestimmt nicht durch hm ja da ist ein signal im maß für mich auf der maß für den spaß richtig versucht sowas ok ne du musst ihn verfolgen wenn mach ich einfach mal Okay, damit L-Line ist kein Spiechen. Keine Ahnung, was muss ich machen? Muss ich einfach nur verfolgen? Ich denke mal, das wird dann später nochmal anspruchsvoller werden, klar. Jetzt zum Beispiel schon. Objekte. Oh, hoch hier. Na? Er kriegt zu viel Vorsprung, bleib an ihm dran. Das bist du selbst, aber gut. Na gut, ich hole ihn mal wieder ein bisschen auf, ne? Mal gucken, wo müsste es hin, für mehr zu sein. Ich habe definitiv keine Lust, was auf 100% zu spielen. Muss jetzt lesen was hier rüber, okay. Ja, das war ein Fehler, ne? Und wieder von vorne. Geil! Wenn du noch keine Mission begonnen, zeig dir auch Kompass an, wo sich eine Auftragsmarkierung befindet. Möchtest du eine Mission beginnen, musst du bei der Auftragsmarkierung anfangen. Guck mal, wenn ich so schnell bin, dann ist er auch schneller. Mach halt mal hin, ne? Sollte gleich nicht runterfallen, ne? Ja, ist ein bisschen... Ist ein Lizenzspiel, sag ich jetzt mal. Aber ja, ich habe es angefangen, jetzt muss es auch zum Ende führen, ne? Und ich habe ja auch Bock. Ich habe ja auch Bock. Aber ich habe halt nur Angst davor, was denn auch so passieren könnte in diesem Spiel. Ho. 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 Jetzt kommen wir halt ein bisschen auf den Mr. Krabs, nicht so ganz, aber ein bisschen. Nein! Was machst du? Ich hab Kreis gedrückt! Mann, ich war, äh, ach man... Geweiten in Tony Hawk's Underground ist definitiv angenehmer. Meine Güte, fängt das gut an, ne? Zeigt der Kompass an, wo sich eine Auftragsmarkierung anfangen. Ich werde definitiv kein Problem machen. Das könnt ihr bei Freisen-Junge gucken. Ich erinnere mich, das ist überhaupt nicht so ein Scheiß. Aber vor allem, das sind aber auch keine Probleme, oder? Man kennt's. Na, warum schnell? Eigentlich ist das nicht schwierig. Ich muss halt gleich, nur auf jeden Fall gleich geduldig sein. Alle werden glaubbar, gründlich, da drauf landen. Und dann halt auch gemütlich, ganz spannend rüberlaufen. Mich nicht hetzen lassen. Dann vermuten wir, das ist doch nicht eine Stelle, da wo wir eine Münze brauchen. Wir müssen halt doch 50 Münzen haben, um das selber abschließen zu können. Oder halt müssen wir es weiter... essenziell weiter zu kommen. Ich weiß es nicht. Ansonsten ja, Masterarbeit ist auch ein Thema, ne? Warte, ich drücke doch die Kreis-Taste! Das ist nicht einfach ein großer Küchenchef. Es drückt sie, okay? Hast du noch keine Mission begonnen? Zeig dir auch Kompass an, wo sich eine Auftragsmarkierung befindet. Möchtest du eine Mission beginnen? Meine Fresse! Ich hasse ihn! Ich bin Koch! Was ist hier überhaupt? Ich geh überhaupt hoch. Er kriegt zu viel Vorsprung! Bleib an ihm dran! Oh nein! Du hast den Wettlauf verloren! Nochmal von... Ja gut! Verstehe ich! So, ich muss halt meine Ausbau komplett aufbilden, wenn es einmal leer ist. Das ist ein bisschen wie in Dark Souls. Oh, was ist das Spiel vor Dark Souls? Hat Dark Souls nicht das von Ratatouille abgeschaut? Hm, verstehe. Ohlalala... Aber wie weiß ich, ich nehme das heute auf. Morgen werde ich das halt rendern auf jeden Fall, klar. Ich weiß nicht, ich kann es generell nicht machen. Okay, Leute. Kamera. Ich muss uns Kreis drücken, ne? Oder um uns Dreieck drücken. Irgendwas stimmt da oben, wenn ich alleine nicht. Hör dir was stimmt, wenn ich alleine nicht. Das ist doch Kreis. Wo ist das Dreieck? Ne, Dreieck. Ne, das ist schon Kreis. Ne, das ist schon Kreis. Definitiv. Kreis benutzt ihr auch, um mich irgendwo festzuklammern. Vielleicht ist die Line einfach nur ein Fake. Meine Güte ey. Tut mir echt leid. Irgendwie ja nicht, aber... Ist nicht meine Schuld. Glaube ich. Denk ich. Ne, ich muss nicht greifen und so festhangeln. Das ist die gleiche Kreis. Kreis. Ja, dass ich mal falsche Schaffe drücke. So L&R vertauschen, beispielsweise hier Stuntman. Handmann. Ne, ich muss da rüber, ne? Ja, was anderes geht nicht. Er kriegt zu viel Vorsprung! Bleib an ihm dran! Da wird einfach beide Tasten gedrückt. Er kriegt zu viel Vorsprung! Bleib an ihm dran! Ich komme doch. Ja, ich komme doch. Nein! Nein! Meine Fresse! Hast du noch keine Mission begonnen? Zeig der Kompass an, wo sich eine Auftragsmarkierung befindet. Möchtest du eine Mission beginnen, musst du bei der Auftragsmarkierung anfangen. Ich weiß. Ich will diesen Auftrag nicht machen. Guck mal bitte, ich bin hier vor dir. Na gut, ich verstehe, ich verstehe, wie die Logik hier funktioniert. Das Problem ist halt, ich darf da keine Zeit verschwenden, ne? So, hier darf ich auch so ein bisschen Zeit verschwenden. Aber der haut dann halt einfach ab. Aber wo ich da halt, wie gesagt, ich muss mir auch ein bisschen Zeit lassen, um zu balancieren. Ich glaube, das darf jetzt nicht. Er wird euch noch mal einen da hinten, weil er wahrscheinlich für mich ist einfach nur so ein Levelende, oder? Okay, ich habe noch mal einen da hinten, was ich habe hier denn noch? Und da habe ich dann auch irgendwie in der Abkürzung noch so gebaut. Da gibt aber anscheinend auch andere Chips. Wie ich sehe, die auch andere Formen haben. Sammle genügend dieser Objekte, um eine Zollabfertigung zu öffnen. Ich weiß. Minispiel freigeschaltet, okay. Glückwunsch, du hast den aber netter geworden. Dankeschön. Aktiviere die Auftragsmarkierung, um eine Mission zu starten. Ich glaube, das ist so ein bisschen Open World. Oder ist das Open World? Ist das so die Oberwelt gerade? Ich glaube halt irgendwie schon. Also wenn er später noch mal so ein bisschen in die Kanalisation kommt, dann würde ich mich ein bisschen beruhigen, wenn das ja quasi jetzt nur so oberweltstechnisch quasi so verwirrend ist. Na gucken, gehst du im Städtentempo, dann findest du dich vielleicht auf einer klebrigen Oberfläche. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit in der Folge, aber... Da... Ja. Ich muss das auch noch ein bisschen. Äh. Sorry. Lallilu. Lallilu. Die Lupe ist schrecklich. Benutzt die Gewürze, um sie zu retten. Alles klar. Ich fördere die Bequete vom Regal, den einmal drunter. Erledige eine Aufgabe und lasse dich aber nicht von den Köchen erwischen. Die sehen aus wie ein ideales Versteck für eine Ratte wie dich. Ich weiß, dass du ungrich bist, Rimi. Wenn du dem Chefkoch hilfst, eine Suppe zuzubereiten, darfst du vielleicht mal kosten. Klingt ziemlich gut. Wenn du gerade die Suppe hinbekommst, finde den richtigen Shooter und pass auf, dass Linguini dich nicht sieht. Okay. Ich kann auch erst mal Wasser kochen. Was sind die richtigen Zutaten? Ich bin total überfordert. Achso. Ähm. Wenn du die Eieruhr stellst, um Linguini abzulenken, hast du Zeit, die richtigen Zutaten, denen zuzufügen. Ich verstehe nicht so ganz... Ich weiß nicht so ganz, was ich das gerade tun soll, mir erst zu sein. Oder hinten. Ich weiß nicht so ganz, wie soll es denn so schnell sein? Na ja, gut. Ich weiß, dass du unruhig bist, Riemi. Wenn du dem Chefkoch hilfst, eine Suppe zuzubereiten, darfst du vielleicht mal kosten. Klingt ziemlich gut. Skirna bringt mich um. Also keine Ahnung, das hat irgendwie nett in den Speicherpunkt. Und das halt. Ein Timer. Wer hat den eingestellt? Ich kann erinnern, dass die Checkpoints das wirklich so nett sind. Also als Gesammelte auch gespeichert bleibt. Ich frage mich echt so, wie das Spiel halt aufgebaut sind. Also scheint so, keine Ahnung. Ich glaube, die Küche kommt man halt auch öfter. Naja, Linguini. Ich kann auch nicht mal Wasser kochen. Du kannst die Suppe zubereiten. Worauf wartest du noch? Also Leon, ich weiß echt nicht. Das ist ein Stealth-Spiel. Du magst keine Stealth-Spiele. Ich bin total überfordert. Oh, so eine Zutat. Okay. Na gut. Ich kann auch nicht mal Wasser kochen. Ich habe mein Antivierungprogramm. Ich mache gerade Meldung. Aber ich habe gerade kein Internet. Also bin ich eh sicher. Meine Güte. Kannst du bitte da weggehen? Dankeschön. Aber das ist irgendwie so eine Open Zone. So ein bisschen. Okay, ich muss da oben hin. Ich muss da hoch. Ich bin total überfordert. Tut mir leid. So ein bisschen. Eigentlich nicht. Aber... Ja, guck mal. Die rechte Küsse hat dann auch komplett... Stina bringt mich um. Wenn du die Eier-Uhr stillst, um Linguini abzulenken, hast du Zeit, die richtigen Zutaten hinzuzufügen. Nein, sagen wir mal, das ist jetzt gerade nicht das Problem. Ich kann nicht mal Wasser kochen. Stina bringt mich um. Ah, sehr gut. Ich tue es für die Gruppe. Ja, genau. Hm. Ich würde erst mal da lang gehen. Ähm... Na gut, liebe Leute, wir machen das in der nächsten Folge weiter. Bis dann und ciao.